ich hasse das 2 so und so ein Böckchen hier so mit ergeben achja so na, Counter-Strike kriegst du's hin oder auch nicht oder doch ja ich bin schade Flashback Ja, das ist eindeutig. Worst L-Mod ever, ey. Aber er hackt. Hat Papa genug gesehen? Oder? Ja. Zack, zack, zack. Überpaar ist gespielt. Also, ich guck zu, oder? Ja. Ne, zurückgehen will ich mich nicht. Drei zu zehn. Fertig. Sehr harte. Beste Flash, mate. Seale hat einfach mal 27 zu 2. Und sind alle AFK die Gegner. Wir haben auch zwei Bots. Seale triggert rein, würde ich sagen. Seale ist ja die Nummer sechs. Das haben wir mittlerweile geändert. Ich sehe die Nummer sieben. Der läuft immerhin gerade. Ich sehe die Flaschbank. Ich sehe die Flaschbank. Oh meine Güte. Alter, er ist der weltbeste Spieler. Wauw, wauw, wauw. Er hat einfach mit den Report tassiert. Er hat sein Team-Mate weggesprayed. Er hat seinen Teammate weggesprayt Er hat an der Hand des Zounds immer noch gerade ausgeprägt Da gehen wir schon neben ihm im Stand Wow 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 Oh, jetzt ist das Spiel Jetzt sind wir noch mit allen Flüssen In der Hauptsache der Egger die Wände Das ist fast koliteral Alte Schäde Er kann, also er, er kann nur den Gebrot platzieren Weil er auszugsweise eigentlich befehlt Sorry Wo sind die alle da? Oh Oh Das ist ja der Wahnsinn Ja Also, verstehe ich nicht Hm, jetzt kommt Lamp Lamp ist doch Das ist ja auch Verstehe ich Oh, da kommt die Rattel mit dem Autosniper Jetzt bin da gleich einer auf dem Boden Oh Das ist echt stark Das ist echt stark Das ist echt stark Das ist wichtig Das ist die Oh, da trifft er auf, was ist so gut. Was, 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 was machen wir hier? Das ist richtig kacke. Aber, äh, nein. Nee. 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 Oh, vielleicht mal das Blöde hier zu machen. Da kann schon jemand sehr gut bunnyhoppen. Also, das ist Hack. Das ist auch Aimbot. Ja, der ist nicht mal drauf. So. Du guck dich doch, dann triffst du vielleicht was. Genau, ja. Trotzdem verkacken. Na, reicht eigentlich schon. Brauch ich schon gar nicht mehr weiter gucken. Lass dir doch immer eine Deagle nehmen. Nimm doch mal eine AK oder so. Jetzt, geh, jetzt dreht er gleich richtig rund. Er wird jetzt richtig mad, ey. Der Iguana hat ihm voll in die Fresse gedrückt. Aber liegt am Pink. Nee, doch nicht. Iguana hat auch einen. Na, vielleicht liegt es deswegen auch am Pink. Aber, Mom hat sich einfach schon mal so lange battlen, Alter. Oh, da ruckelt er nach. Warum ist das so leise? Ich hab noch einen. Rüstung. Oh, Daisy hat noch 400. Das ist natürlich wichtig. Das stimmt mit ihm nicht. Was ist denn los? Guck mal, da sieht er ihn. Da sieht er ihn. Sparrow. Hehehehehehe. 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 Ehrlich, so gefällt mir das. Das ist richtig gut. Jetzt ist es noch ein bisschen locker schon wieder. Oh, muss das sein. Das ist gut. Ja, guck mal, da ist der Gegner. Da ist der Gegner. Du hast ihn gefunden. Wo der Gegner... Ist es sein Ernst? GG. Ja, genau. Da wird er wohl sicherlich sein. Er spielt seit gestern Counter-Strike. Oh, Iguana. Iguana hat die Scout. Das heißt, der triggert jetzt richtig hart rein. Das ist schon witzig. Oh, schade. Hätte er den... Hätte er das geschafft. Komm, guckt euch gegen... Ja, also... So... Oh! Nooo! Nooo! Oh, ist er... Gegen gehackt worden. Gut. Hä? Hatte ich bis jetzt einmal, dass ich im nächsten Overwatch den anderen Hacker auf der anderen Seite hatte? Das war witzig. Beide gebannt. Und gefühlt drei Millionen Overwatch-Erfahrung gekriegt. Ja. Iguana holt alle. Hä? Moment. Ist Daisy die Nummer neun? Ja. Daisy hat oben eben durchs Holz... Okay, Daisy hat auch an. Neh! Daisy hat eben richtig hart reingetriggert. Blending. Krank! Daisy hat den Hack... Moment. Habe ich Daisy vielleicht schon mal gebannt? Letztes Mal. Daisy ist die Nummer neun. Daisy dreht sich nämlich, wenn er schießt. Das ist anscheinend neue Mache. Da unten die Nummer neun. Ne. Ne. Da hat er eben durch die Wand zweimal kurz reingetriggert. Der Dart hat jetzt die beiden... Alter, was ist das hier alles? Er hat den besten Hack. Aber naja, gut. Reicht uns denn auch? Gut. Da... 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 Den Beat. Das 8-Bit-Music-Kit. Was ich ganz toll finde. Für... Auf dem Schlagzeug oder so. Also, Jimi Hendrix-mäßig auf der... Solo auf der Gitarre. Das wär cool. Ja. 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 Da steigen wir direkt ein in diese spaßige Szene. Mit jemanden, der auf den Boden schießt. Und auch aimt. Von... Ja. Ja. Ist ein bisschen verpackt. Aber okay. Ja. Mir lebt er nämlich nicht nach. Bitte lass ihn jetzt reinschickern ey, das ist ja so witzig. Ja. Ja. Mir ist das egal. Das ist meine Punkte. Schieß doch bitte. Hey. Drei Leute haben geschossen. Na genau. Geh mal bitte einer. Schaut. Oh jetzt ist er überfordert. Jetzt kommt die Überforderung. Überforderung. Oh. 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 Leute auch so untereinander, da ist richtig die Hohen so ein Taktik, ey. Immer Lang Control spielen. Das nervt, dass das so ein bisschen buggy grad ist. Aber das ist halt Overwatch, das ist kein mehr. Das ist Counter-Strike, ne? Damit haben wir ja lange schon zu kämpfen. Können ja nicht alles perfekt machen, ey. Planted the Bomb. Ja. Er ist einfach Joachim Weiland aus Timbuktuhausen. Er ist alle B. Als wenn sie es reden, ne? Aber... Ja. Ich muss die Leute nochmal pushen. Aber es wurden schon zwei Leute fast geblieben. Nee. Alter, der Gegner war richtig überfordert. Und er aber auch. Das ist schon... Ja. Hm. Hm. Wann haben könnte. Alleine wie er schon verfordert schießt und so. Der hat nicht an. Jetzt hat er die nebenmach oft kurz versucht zu töten. Oder hat er da nicht weggeguckt. B-Push. Oh, B-Push. Oh, da ist einer Lower drin. Das ist aber gut. Oh, da hol doch einfach mal drei Leute. Oh, kein Acer. Oh, kein Acer. Das ist aber sehr spät aufgefallen. Oh, das ist äh... Mal gar nichts. Mal gar nichts. Ja. Ja. Äh, nein. Ich will da schon mal aus Reflex drücken. Aber gar nichts. Ja, dieses Griefing können wir mal machen. Ja, das ist ein bisschen... Bedamaged, ne? Trying to damage. Oder bedamaged by T-Mails. Das ist auch nicht so. In so einer Period of Time. Das sind auch solche T-Mails gedamaged. So, ne?